Mein Name ist Matthias, ich bin 27 Jahre, komme aus Hosenfeld. Ich wäre gerne der Wiesenbursche, da ich ein aufgeschlossener junger Mann bin, der Spaß am Feiern hat, gerne in Gesellschaft bin. Und ich wäre stolz, mit dem passenden Wiesenmittel die Wiesen dieses Jahr in Fulda repräsentieren zu dürfen. Vielen Dank.